Hallo, wo war's Video? Ah, jetzt? Hier schiebt mich einer weg, ich will das sehen. Mach mal mit deinem Lippen über die Zunge, ob das so hoch ist oder so weiter. Geht das? Das macht mich kaputt. Es ist wirklich... Was zur Hölle? Also, man könnte meinen, mein Figürchen hat einen Schlaganfall. Jetzt mal ohne Spaß. Nicht nur einen? Multiple Schlaganfälle, das ist echt übel. Ja, aber... Hi. Hi, Ria. Hi. Die Mimik hat gerade den Effekt dazu gemacht. Das macht mich kaputt. Du, mit deiner Zunge, mit der Zunge in die Innenbacke machen, du weißt schon so. Also, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Also... Lass mich mal raten, du hast dir den Tobi-Tracker gekauft, oder? Nein, nein, ich hab einfach eine Kamera dran. Ach so. Und diese Mimik-Kacke, also es sieht aus, als ob der ständig einen Schlaganfall hat. Der ist einfach mal heik. Ja, das mit den Augen ist einfach nur geil. Ach Gott. Du musst gleich auf den Topf, Junge. Bitte leise sterben, ja? Wer ist denn von euch der Party-Leader? Ja, das bin ich, glaube ich. Ach, lass mich nochmal zwei Minuten vermissen. Ja, leise, Moment. Jetzt ist es wieder weg. Nein, 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 das geht gleich wieder. Braucht eine Weile, bis es das... Gott, ich gehe hier kaputt. Bis es das Gesicht erwischt. Oh, leise. Jetzt guckt er wie frisch gefüllt. Das gleiche Hörnchen. Ne, also so ein bisschen... Ja, Moment. Mein Gesicht. Oha, weiß, roh kam ein nicht gevögeltes Ei. Nur weil du mir das Video geschickt hast, deswegen. Ja, ja. So, ja, hallo, Kamera, du darfst wieder. Jetzt will er nicht mehr. Mach nochmal blöd. Ja, komm schon. Oh, das ist... Schade. Ich glaube, die Magie ist verflogen. Ich glaube, die Magie ist verflogen.